Ausruf zu Wettkampf Nr. 20, 50 m Schmetterling-Weiblich. Im Lauf einstattet auch Bahn 2, Minister Taspinar vom SVR Stupter, Bahn 3, Laura Matolares, TSG Wackner, Bahn 4, Isabel Pitz und VfL Weiblingen, Bahn 5, Frau Puschal, SVR Stupter, Bahn 6, Nebeschädel, SG Glänz und auch Bahn 7, Sabrina Schlenker, SG Schwarzwald war heute.